Das ist ja mal... Das ist ja noch nie passiert vorher in diesem Spiel. Oder... Wir haben auch noch Kevin Level 1, wo wir dezent gescheitert sind beim letzten Mal. Echt? Haben wir überall drei Sterne? Ja. Wir sind halt Profis am Anfang gewesen und dann sind wir schlechter geworden. Und hier haben wir halt einfach komplett versagt. Das war das Problem, wo Maemi alleine auf der Seite war. Und die ganzen Sachen machen musste alleine. Ja, dann let's go. Machen wir das. Ich bin gespannt, wer jetzt alleine ist. Ob es wieder Maemi ist. Also, wichtig ist ja, wenn wir nicht so dünsten, ne? Dass wir das mit dem Dünsten... Das müssen... Also, Trafi... Oder die Leute, die auf der linken Seite sind, müssen im Mixer das anrühren. Dann nach rechts stellen. Da muss gedünstet werden. Und dann muss wieder hin und her gereicht werden. Ich stehe links. Nee, Trafi ist alleine. Ach Gott. So, gib uns Mehl. Oh, ich brauch Fisch. Und Mehl. Genau, gib uns Fisch und Mehl. Wir... Wir machen noch nicht... Wir machen noch nicht... Du kannst schneiden, aber noch nichts machen. Denn Fisch musst du... Also, du darfst schneiden, aber noch nichts machen. Weil wir gucken müssen... Das war natürlich richtig dumm, was ich hier gemacht habe. Achso. Was machst du? Wieso? Mach ich mich, warum? Es funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Ich dachte, ich kann mit der Maus steuern. Kann ich nicht. Ich kann nur noch mit dem Finger steuern. So, was soll ich machen? Warum? Also, du kannst... Oben siehst du doch die Sachen. Also, Trafi hätte ich schon zweimal... Die... Fisch. Den Fisch. Also, du brauchst jetzt noch mal Fisch. Hm. Ja, das... Einmal Fisch müsstest du uns ja noch geben. Und einmal Mehl. Da liegt Fisch. Da kann ich den Schmierer nicht aufheben. Der Fisch muss klein. Ja, genau. Der muss klein. Ihr müsst abwaschen, ne? Ja, wir müssen abwaschen. Ja. So. Hier ist noch mal... Das. Der muss uns auch noch mal Mehl bei Zeiten geben, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und... Fisch. Immer wenn du... Wenn du kannst, immer Fisch, damit wir... Damit was machen können. So, sehr schön. Dankeschön. Da liegt auch schon wieder was zum... Dünnsten. Was ist ja doof, dass du alles alleine machen musst, ne? Hey, wir helfen. Ja, ja, aber... So. Wenn du Zeit hast, noch mal Mehl. Ich weiß, das ist doof, aber... Damit wir die wieder dünsten können. So, hier sind wieder Teller. Ne, der Paddy muss hier in den... In das Teil da rein. Genau. Der andere auch? Ja, ja. 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 So, hier ist noch mal... Etwas zum Dünsten. Dünsten. Dünste, dünste, dünste. Sehr gut. Oh, 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 oh. Schmeiß weg. Okay, sehr gut. Hallo. 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 Ich habe keine Übersicht, was hier was ist. Steht doch drauf. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. 20 Sekunden. Traffi, ihr habt da alles im Griff da drüben. Wir versorgen Traffi einfach mit allem Wichtigen und Traffi rockt die Bude hier. Was brauchst du? Sag was, Traffi. Ich muss warten. Wir haben sie geschafft. Oh Gott, hoffentlich reichen 900... HAH! Schnell, 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 schnell! Sprit! Hoffentlich reichen 1000... Ach, ja, 2018 reichen locker! Huhu, Errungenschaft. Gut geschmückt. Geschm... Was? Geschmierte Küche. Alter, das lief wirklich wie geschmiert Gut gemacht, Traffi Und, ein neuer Koch War gar nicht angezeigt, wenn ihr was Neues freigeschaltet Nicht? Musst du auf Fortfahren drücken Ja Achso, bei mir kam's Ist auch ein neuer Koch Meimi? Ich glaube, dass Traffi schon alle Köche hat, deswegen Achso Ne, ne, alle nicht Alle 1000 Köche hat er freigeschaltet So, jetzt sind wir eingespielt Ab nach Kevin 2 Da sind wir nicht verteilt, da kann jeder Zusammenarbeiten Ja, gut Da bewegt sich alles Dafür dürft ihr euch nicht abdenken lassen Achtet darauf, was oben zu tun ist Und dann passt das schon So, womit beginnt's? Mit, was bist du? Fisch Fisch Gut, machst du den Fisch? Ich mach die Möhren und den, ähm Wo ist denn hier ein Schneidebrett da drüben? Mehl, Mehl Ich hol dir Mehl, Katta Sehr gut In den rein? Dann mach ich die Schwirms Pack rein Das ist so einfach Ja, einfach Ahnung Und dann nochmal Fleisch schneiden Irgendwie, du kannst schon mal Fleisch schneiden Fleisch schneiden Ne, hau jetzt nicht damit ab Doch, wir drehen Mein Gott, ey So, ähm Ihr seid beim Fleisch, dann mach ich das zweite Fleisch Genau Oh, da ist Oh, da bringt das an Sehr gut Haps Wohin? Oben rein, oder? In den Dünster, glaube ich In den Dünster, genau Ich mach schon, ich mach schon So, äh, das nächste ist Wo, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir hatten jetzt gerade was auf dem, hat irgendjemand Die Schwimmen sind fertig, die Schwimmen sind fertig Wo ist denn jetzt die, die, die Schale hin? Welche Schale? Wo ist hier rein? Das ist die Essenschale, ich stand gerade in der Mitte, wo ist die hin? Mehl muss da oben noch rein Ja, Mehl Und dann, hier ist gleich nochmal Fleisch, nochmal Mehl In den anderen Ich hol das andere Mehl und pack's da rein Sehr gut Danach kommen Schrimps Und Mehl Ich hab Schrimps So was ist Verhört mich maximal Kommt das jetzt einfach hier Nein, 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 nein In Dünster, in Dünster, in Dünster, in Dünster, in Dünster, in Dünster Da ist die Schüssel, die meinte ich Ach, und die Schüssel kommt wieder an die Ah Oh, diese Ratten Nein, keine Ratten, das sind Zwerge Schneid denn ein Fisch Hä? Hä? Nimm den Teller Huh, komisches Einhorn So Der ist jetzt Schrimps hatten wir schon Aber Schrimps haben wir jetzt hier schon mal Die müssten noch gedünstet werden Ach, die werden ja noch nicht gedünstet Oh, die werden noch Das noch nicht abgeben Was da jetzt ist, noch nicht abgeben, ne? Auf keinen Fall Ich hab gar nichts ab, das machst du Weil Das ist fast fertig Ja Aber das dürfen wir noch nicht abgeben Da oben in dem Mixer Müssen die Schrimps Ja, abs Abs Und in Dünster rein In Dünster rein In Dünster Sehr gut So, danach brauchen wir nochmal Möhren Hat jemand schon Möhren geschnitten? Nee Teller, 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 teller Warte Das doch Knapp So, Möhren hatte ich geschnitten Die müssen noch gedünstet werden Die schaffen wir nicht Warum nicht? Weil das jetzt abläuft Und der noch nicht mal Hier Ansatzweise fertig ist Das ist ja blöd Da liegt alles rum Warum? Ich weiß es nicht Ja, dann gibt das ab Was wir jetzt fertig haben Ja Ja, aber dann gibt es ja keine Punkte Das ist ja nix Und wir keine Teller mehr Doch, da ist noch einer Äh Der hat den Teller einfach dahingestellt Und nicht rausgenommen Das lief nicht gut Ich muss sagen Wir machen erstmal weiter mit der Story Und versuchen uns am Ende nochmal mit Kevin 2 Vorschlag Wie kommen wir denn jetzt raus? Fortfahren Achso Fortfahren Ja, ja, ja Da gucken wir uns das nochmal später an So, äh 940 Punkte brauchen wir Ja Ja, wir waren ganz knapp dran Burritos Und ich habe nämlich einmal aus Versehen Den Burrito daneben gepackt Und das war das Problem Ich möchte wieder meine rechte Ecke haben Katja ist allein Ach, da drüben bin ich Ähm Wo ist Ach, da ist Reis Direkt in die Hand Da ist Reis Reis Danke Reis, reicht So, also wir brauchen Pilze Pilze werden gebraten Dann brauchen wir Fleisch Vielleicht wird auch gebraten Sehr gut Da ist ein Burrito Das ist schon mal vorbereitet Äh So Hier ist Einmal das Nein Die Pilze sind fertig Aber Emi Hör mal bitte auf Hier alles hinzuwerfen Nein Fuckin Fuckin Irgendwo Oder so So Epische Musik Wir brauchen Pilze und Fleische Die sind Fleische Fleische sind wieder Da oben ist der Reis Völlig Ja Komm mal Was für Fleisch hast du da? Ach halt Äh Abwaschen ist da drüben Halt Das war der falsche Der wollte ich nicht Ne? Ich kann den da mit drauf machen Oh Manchmal wäscht der einfach nicht ab Ich brauche hier mal ein Burrito Ich habe hier Warte ich nehme den Hä Hier ist gebraut Na Hier Hier Ach das ist gar nicht gebratener Fisch Brauch mal wieder Reis bitte Hier drüben Oh Falsch Ich nimm's ja gleich mit Kater Ups Aladin Woll ich nicht Tschüss Warte Hä Wieso kann ich Wieso liegt der denn Was ist zum So Der ist aber noch Bei weitem nicht so weit fertig Der fehlt noch einiges Den brauchen wir auch noch gar nicht Ich brauche noch mal Pilze Ja Warte Ich brauche hier Ich brauche hier Ich brauche hier Pilze Ja Ich brauche hier Pilze Ja Warte Jit 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 Oh Der sollte da nicht hin Uit Das haben wir Das haben wir So Einmal Pilze Ist hier verdächt Sehr gut Fläusch Fleisch kann ich gleich abgeben Einmal Hier fehlt nur noch einmal Reis Ja Reis fehlt generell gerade wieder Ja bin dabei Einfach rüber yeeten zur Not Oh Fleisch brennt Oh Upsi Wollte ich gar nicht Jit Was ist das hier eigentlich Was sollen das hier sein eigentlich Naja keine Ahnung Ähm Schnell nen Pilz Nen Pilz Nen Pilz Pilzen Pfanne Und alles Hier Reis 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 Zinfälliger Reis Oh der war falsch Nein das war falsch Oh Mann ihr habt Reis 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 gesagt Ja gucken Oben rechts gucken Was zu tun ist Ja Ihr seid lustig Wieso denn Augen auf im Straßenverkehr Ich brauche einen Teller Hast du noch einen Ja ich versuch gerade abzuwaschen hier Aber klappt es mir ja nicht So jetzt Wäscht ab Sehr gut Erster fertig Ach das war falsch Warte Nee Ah Hm Ich lebe hin Oh nee Da Okay warte Da brennt was Wir haben keinen verdienten Reis Doch haben wir Schmeiß weg So Geschafft Drei Sterne Schütze dich noch mal In den Tod extra Nein Ich hab mich Kurz verloren Ich hab Ja wir haben uns alle Kurz verloren Schnell Los Zwei Eins Sprint Jawoll Alter 1111 Punkte Was Was ist eine geile Zahl Guck mal wie sie sich freuen König und Kevin Kevin ist der König Neuer Koch Echt Mich nicht Ja Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Ich bin Ich bin dir das nicht